Stadthafen Gelsenkirchen Sitz des Bandstahlschneidwerks Bürger & Althoff Hallo und herzlich willkommen in der Hafenstraße 10. Wir sind nicht die Einzigen, die Stahl schneiden, aber wir sind einzigartig als Bandstahlschneidwerk. Warum? Sehen Sie selbst. Einzigartig ist unser Standort. Warenanlieferung per Straße, Bahn oder auf dem Wasserweg. Sie haben die Wahl. Ihr Plus – wetterunabhängige Be- und Entladung. Einzigartig sind unsere Mitarbeiter. Ihr Plus als Kunde – kompetente administrative Auftragsabwicklung. Beste Motivation und hohes fachliches Niveau ermöglichen exakte Liefertermine. Flexibilität bei kurzfristigen Spaltaktionen sind möglich. Über 25 Jahre Know-how. Wir haben uns als Lohnspalte auf das Längsteilen hochwertiger Coils spezialisiert. Das Zertifikat nach DIN EN ISO 9001 dokumentiert unsere Qualität und Zuverlässigkeit. Auf technisch hochwertigen und präzisen Anlagen spalten wir Coils bis 32 Tonnen Stückgewicht mit engsten Breitentoleranzen. Auch besonderen Oberflächenansprüchen wie zum Beispiel O5, Aluminium und Edelstahl werden wir gerecht. Ein weiteres Plus – Kontrolle von Dicke, Breite und Oberfläche der Coils. Die Zeugniserstellung durch ein benachbartes Prüflabor ist möglich. Bürger und Althoff – Ihr zuverlässiger Partner in Sachen Bandstahl schneiden mit den Plus-Vorteilen. Sie erinnern sich. Wählbarer Transportweg per Straße. Bahn. Oder Schiff. Wetterunabhängige Be- und Entladung. Exzellente Qualität. Bester Service. Ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Testen Sie uns. Telefon. Telefon. Internet Straßenverhältnis.